Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu Cuphead! Wir wollen ja in diesen Wald hinein, aber wartet kurz, wir können noch was kaufen, oder? Wir haben doch genug... ...Dinger. Welcome! Ha, ich weiß nicht, ähm... Short range with great damage if you can keep close to your target. Finde ihn nicht so gut. Ich würde sagen, ich mach dieses hart, ich kauf dieses hart mal, so, es ist gekauft. Öh, kommt direkt das nächste. Oh, hoffentlich sind das nicht einmalige Sachen, falls ja, hab ich jetzt, glaub ich, echt Geld verschleudert. Also, Sachen, die nur für ein Level gehen. Oh, you've got to equip those new purchases if you want to use them. Look at your equip card, ya bumms. Da bin ich halt gebumst. Als können wir hier was reinziehen. Ah, ich bin grad so bissl pappiert. Ich bin so bissl pappiert. Ach so, halt. Super. Charm. Ah, als Charm. Also, wir haben ein Leben mehr, aber machen etwas weniger... ...Attack. Damit müssen wir leben. Regular. Easy. Spitz, spitz. Hallo. Oh, ist direkt ein Bossfight. Pille-Palle, aber egal. Wow. Nein, scheiße. Egal, wir haben einen extra Checkpoint, bitch. Ah, ich kann doch auf dem Boden so rumhuschen, hab ich nicht gewusst. Don't touch me, giant ball of shit. Kann der überhaupt irgendwas? Ah! Der wird auch gerade irgendwie... Ähm... Oh, shit. Wow. Krass, wie fett er ist. Hahaha. Aber gegen mich hast du keine Chance, mein Freund. Keine Chance. Haha. Oh, shit. Hahaha. Es ist... Es ist... Was macht er denn für Riesensprünge? Okay. No! Ja, okay. No. Ah, ich hätte mich ducken können vielleicht. Habt ihr recht. Willst du vielleicht kurz sterben? Ja! Ähm... Bam! Critical! Ich dachte, der wäre jetzt hohen. Okay. Ha! Huh! Ja, ja, ja. Komm doch her. No jeans, eh. Also, dass er manchmal so krasse Sprünge macht, ist schon frech. Ja, ja. Ich bin hinter dir. Siehst du mich gar nicht, ne? Hier. Eat this. Oh! Oh, oh, oh! Wer guckt? Er macht da gar keine Riesenjumps mehr, ha? Ja, ja. Er hat das schlecht getimt. Oh, shit. Nein, ich bin wieder hochgegangen. Hit me, bitch! Jawohl, okay. Jetzt bloß nicht von diesem verkackten Grabstein fisten lassen. Ähm, nein. Ha! Der ist immer noch alive. Ich meine, aber... Wie kriege ich denn den? Muss ich ihn per-per-per-perishen oder was? Ich habe keine Ahnung. Nein! Come on, dude! Come on! Was muss ich jetzt machen hier? Ah, okay. Ich kann draufschießen. Ja, ich kann draufschießen. Alles klar. Ich habe es raus. Ich habe es raus. Wow! Oh Gott, alles klar! Ich kann da springen. Ich... Knockout! Mir fällt jetzt jetzt ein, dass ich Faschiss noch mal springen und schießen kann. Ich puller da hoch wie so ein Tödel. Easy A Plus ist doch klar, Mann. Fuck. Aber hey! Immerhin, oder? Mensch, ist das nicht schön? Soul Contract. Goopy Legrand. Devil's Office. Jawohl! Wir haben tatsächlich so einen Bangguard erwischt. Was hätte man denn eben noch gebrauchen können? Das klingt jetzt gar nicht so übel, oder? Wenn man nicht wirklich aimen muss und es einfach da hinfliegt, wo es hin soll. Ich denke, ich höre mal dieses Chaser noch. Hier bei B-Shot ist es. Long Range with Below Average Damage. No Aiming. Ich require... Gut. Das heißt, jetzt kann ich auf die Long Range gesehen fett schießen, ne? Wenn ich hier... Kann ich... Ah, hier kann ich gar nicht runter. Wir müssen den Garten öffnen, okay? Botanic Panic. Regular. Hallo? Switch Weapon. Oh shit! Das ist direkt noch ein Gegner. Wuh! Alles klar. Hier brauche ich, glaube ich, nicht die Waffe zu switchen. Das ist das. Ach, komm, ich teste es mal. Was soll der Geils? Wuhu! Ja, reib dir mal das Gesicht. Mein Sohn. Wo kommt er jetzt? Wer kommt doch... Ah! Hier. Was? Wow. Wow, können mich die Regentropfen zerfisten wahrscheinlich, ne? Oh! Rote Tropfen. Der weint Blut. Treffe ich den doch irgendwie überhaupt in meinen Furzschissen hier? Die sind schon irgendwie lächerlich, außer die grünen Codeballen, wenn ich da schieße. Aber bis jetzt? Zero Damage! Ja, friss, Alter! Ich glaube, ich habe eben meine Ultra ein bisschen... Oh mein Gott, wie geil sieht denn das aus? Ja, ich kann die sogar down machen, die... Alter, no fucking chance. Wuhu! Das sieht einfach so geil aus. Das ist das Hammer. Dieses Spiel. Pam! Ja, ja, jetzt bist du böse. Oh mein Gott. Weiß nicht, wohin er schießt. Schon kurz zum Vornherein. Bam! Wuhu! Knockout! Easiest der Gegner ever. Locker. Gott, habe ich den geschnitzelt. First try, Pich! Komm schon, ey. Es gibt jetzt aber ein A, ohne Witz. Keine zwei Minuten für den Snack. Na? Ah! B minus, warum? Carpet! The Root Pack. You got the Root Pack's whole contract. Sehr gut. Die haben wir genutzt. Aber wir haben gar keine... Gar keine Dinger bekommen. Münzen. Hast du noch Münzen, du Pisser? Ich würde sagen, als nächstes kommt der Sack hier unten dran. In der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zutat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao. Überall Videos, da ist die letzte Folge von Carpet, da ist die Seitenstimmlicht, die ich gerade anzeige. Da ist die Playlist von Carpet irgendwo. Hier ist auch noch ein Video, das jedem gefallen könnte. Keine Ahnung. Ciao.